So, dann geht's. Lalo. Dann läuft ja auch noch wieder. Ich bin stolz auf dich, ich hab noch nicht einmal in diesem Projekt geröpst. Wir machen weiter bei Inferi Mario. Und das letzte Mal... Nee, hab ich Inferi gesagt? Ich meinte Keilung. Ja, wir sind bei Inferi Mario. Mir ist es bis dahin nicht aufgefallen. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich klinge da so komisch nach. So nach dem, nein, du willst das nicht. Du willst das nicht. Das ist doch alles ganz schön hier. Vielleicht hab ich auch Keilung gesagt und denke nur, dass ich Inferi gesagt hab. Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich willst du Inferi nämlich zurückhaben. Deswegen bringst du die ganze Zeit an Inferi. Nee. Nee. Spiel halt doch mal das nächste Level, Ezala. Warte so rum. Grazil. Jan, dir steht Fränkisch nicht. Fränkisch meinste? Dani steht Fränkisch schon viel eher. Ezala will ich aber alles sagen können, was ich will. Felix steht Fränkisch auch nicht. Ich bin doch nicht blöd hier. Ich hab hier übrigens noch den P-Switch-Block rausgenommen. Hab ich dir nicht mehr gesagt, ne? Was zum? Nee, das könnt ihr behalten, das Ding. Jan, Jan, ich hab das nicht mehr gesagt mit dem P-Switch-Block, ne? Dass ich den rausgenommen hab. Wieso sprichst du mich denn? Das ist doch von Felix. Das ist stimmt, das Level war von Felix. Ich wollte den Ursprung nicht. Entschuldige, ich hab das jetzt verwechselt. Patron. Schmeißt du die Prügel raus? Ja, Mensch. Das ist echt genau die Scheiße. Guck mal, Felix Connen kommt auch sofort auf das mit dem Yoshi wegwerfen, um die Yoshi-Coin zu holen. Deswegen passt das auch. Das ist echt schön durchdacht, muss ich ja mal so sagen. Sehr gut gemacht Felix. Und du hast scheinbar das Level auch mal getestet. Klar. Ja, daran kann man eigentlich schon sehen, dass es nicht von mir ist. Möchtest du denn jetzt wenigstens mal die Coin-Snake da nutzen, um nur ein paar Münzen zu bekommen, wenn du schon mal die Möglichkeit hast? Ja. Ja, dann mach das doch mal bitte. Die Coin-Snake war eigentlich für die Yoshi-Coin da, ne? Ja, scheiße, Dreck. Hat der Ersteller ja gar nicht gut gemacht, also wirklich. Wie die war für die Yoshi-Coin da, weißt du, wie soll's denn da hinkommen? Ja, da war ursprünglich noch ein P-Switch drin, aber das... Ja, das ist doch gar kein P-Switch. Achso, ja, dann haben die das geändert, das wusste ich nicht. Ursprünglich. Ich hab's nicht gebaut, ich hab damit nichts zu tun. What the... Get you some Bonus-Coins, please. Komm doch jetzt mal her, du blödes Ding. Tschüss. So, damit hättest du schon... Oh, damit hast du ihr es jetzt mal echt gegeben. Du hast sie auf Ewigkeiten im Abgrund versenkt. Ja, die fährt jetzt in Unendlichkeit weiter. Kann man die Yoshi-Coin... Kann man sich das auch durchloopen? Genau, da wollte ich gerade fragen, ob man die durchloopen kann. Das wäre nämlich geil, wenn man das könnte. Dann bleibt die aber doch oben an deinem... Wow, Alter. Die hat nur drei... Also wenn man... Wenn die tatsächlich durchloopen können... Gib mir das nochmal, gib mir das nochmal. Die hat nur 63 Münzen, ja. Ja, aber außerhalb des Screens weiß man ja nicht, ob die Münzen da weiter abgezogen werden. Wie geht das denn? Ich hab mich da gerade so lustig reingedrückt. Zumindest hab ich den Eindruck gehabt, dass ich mich da reingedrückt habe. Hast du dich da reingeklippt? Okay. Keine Ahnung, es sah irgendwie so aus. Wahrscheinlich hab ich es mir eingebildet. Na dann, lass die Zeit verrennen, du hast noch 420 Sekunden Zeit, um das Ganze auszuprobieren. Das sind aber keine richtigen Sekunden. Ach genau, den hab ich auch noch hingesetzt. Ich bin irgendwie echt scheiße. Der Goldene müsste ja auch noch kommen. Ach Dani, das hat doch einen Sinn, dass da nur eine Coin war. Das war wie im Original. Die Münzen kannst du übrigens alle essen. Das war richtig unfair. Hä, wieso? War einfach nur ein Coinblock. Goldene, das ist kein Spezial. Baby ist kein Spezial. Es war unfair, dass man nur das Yoshi essen braucht. Conan, du solltest die Münzen, äh, nicht die Münzen, die Bären essen. Weil das ist Martha's Sorogate, Conan. Ne, muss ja doch nicht. Dann mach da halt erst was anderes. Ja, siehst du, Mö. Ja, dann mach das halt falsch. Lass ihn doch einfach machen. A midway point. Now you can die and maybe it helps to achieve something. Just remember hell and you know why. Sprichst du bitte nochmal das TH aus? Nee. Hell ist übrigens ne schöne Übersetzung für Inferi. Genau. Oh, Felix. Du bist echt ne Arsch. Ich wollte gerade fragen, kannst du mir erklären, woher, warum hell? Ich wollte aber gerade auch sagen, warum schreibt ihr nicht Inferi hin? Ja, das war mir auch etwas offensichtlich. Hier, das sind nämlich die Scheißblöcke, die nämlich alles wegnehmen. Das ist die Scheiß, auf die ich keinen Bock hab. Wegen euren Scheißblöcken hab ich heute in Aspe in einem Puzzle so lang gehockt. Waren das wenigstens auch so komische Goalsäulen? Das hatte auch so blöde Goalsäulen. Aber diese Goalsäulen haben halt nicht alle Items weggenommen, sondern nur das, was ich hatte. Diese Goalsäulen in Aspe. Ey, die kriegen von mir so ein böses Schreiben. Diese Dummen Goalsäulen in Aspe. Die haben halt... Montag gibt's ne Fedderanzeige. Die haben halt das Item in der Itembox gelassen, aber ich bin halt schon gar nicht durch, weil ich gedacht hab, es ist weg danach. Asperger Mario. Sie haben halt nur mein Item weggenommen, aber nicht das in der Itembox. Montag gibt's ne Fedderanzeige. Damit hab ich nicht gerechnet. Asperger Mario ist übrigens auch schön. Ja, ne? Oh fuck. Ja, oh fuck. Wo ist mein Pilz denn? Ach so. Tja. Es ist Matasorogate. Es hat vielleicht alles was mit den Bären zu tun. Ich weiß es aber nicht. Siehst du, deswegen ist es ganz gut, dass hier ein Yoshi noch vorne steht. Wenn man dann... Du hättest jetzt auch nochmal zurücklaufen können einfach und die Bären dann fressen können, aber... Ist ja... Ist ja nicht so wichtig. Du hast ja Zeit. Was? Was? Du hast ja Demo. Wobei jetzt kann man sich ein Leben verhaben, na scheiße Dreck. Pogies sind auch schön aus dem Original übernommen. Genauso wie die goldene Münze, Beere. Toll Conan. Hey, wie komm ich denn da runter? Ja, erinnerst du dich etwa nicht an das Original, Conan? Knie nieder vor der goldenen Beere oder so. Ach, das war ein Pusher-Piech. Das einzige, was bei dem Level hängen geblieben ist, war die Stelle mit dem... Ich hab mit Button jetzt irgendwie den P-Switch abhalten. Warum denk ich denn bei Button? Machen wir doch einfach das hier. Genau. Pusher-Button. Das ist da entstanden, das war schön. Das Springboard brauchst du nicht mehr. Du hast die Yoshi-Coin schon gesammelt. Und ich glaub, das ist tatsächlich das Level, das mir von meinen, von Inferi ruhig am zufriedensten mit war, glaub ich. Wieso kommt jetzt kein P... Ach, da ist noch eine. Es sind sogar noch zwei. Hä? Ach. Drei, nein, zwei. Wie kommt man, man kommt doch an die Yoshi-Coin hier oben nur mit dem Springboard ran, oder? Nein, man kann da auch von der Letch da drüben rüber sprechen. Ich hab meinen Anlauf und Yoshi dann so gut dahin geschleudert, das war auch unangenehm. Das funktioniert auch ohne Yoshi dahin zu schleudern. Ich brauch kein Springboard, wenn ich Yoshi hab. Ja, von wem das Level wohl ist, ja. Das stimmt. Haben wir doch schon geklärt, oder? Ja, aber diesmal sieht man sie. Conan, von wem ist das Level? Hatten wir das geklärt? Dani. Ja, genau. Alle Level sind von Dani. Nein, es ist von Jan. Ja, ich hab eigentlich alles gebaut, richtig. Nur weil ein Level mal schön aussieht, ist es nicht unbedingt von Dani oder Felix, Conan. Mann, ey. Das ist doch von Felix. Nein, es ist von Jan. Ich sage noch, nur weil ein Level nicht... Wieso hat das ein Secret Exit? Wo ist denn der jetzt? Hm. Erinnerst du dich an beide Messageboxen? Remember the original. Do me a favor and remember the original. Vor allem daran, dass Jan dir grad schon mehrfach beschrieben hat, was du machen sollst, könntest du eigentlich sehen, dass Jans Level ist. Nach Midwaypoint. Nur weil ein Level mal schön aussieht, ist es nicht automatisch von Felix oder Dani. Pff. Ne, stimmt, es ist automatisch von mir, hast du recht. Hm, genau. Richtig. Wir sehen doch alle Level schön aus, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das stimmt, ja. Da muss ja auch so eine Qualitätssuche sein und... Enferi wäre ja auch schön, Conan. Oder ist schön, es lebt ja. Hm. Es lebt. Es lebt. Oh mein Gott, es lebt. Seine Hose ist... Wie war das nochmal? Ach, egal. Weil seine Hose voll ist. Ja. Er rückt nicht weiter nach Spanien, weil seine Hose voll ist. Boah. Enferi ist so großartig. Du kannst doch gleich in einen Block da gucken, der da links ist. Den hast du nämlich noch gar nicht berührt, ey. Hast du das jetzt wirklich verstanden, Conan, oder hat Jan das gerade erzählt? Nein, 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 das war tatsächlich verstanden. Das steht doch auch in der Messagebox. Schön, wie du dir wirklich den Baum versetzt hast, weil es mir nicht gefallen hat. Klar. So. Was ist eigentlich mit dem Stern da? Soll ich da schon reingelassen? Sollen wir da mit rein? Nein, aber... Aber spiel es am Ende, guck es dir an. Warte damit. Kannst du doch jetzt ruhig spielen. Felix, nein, in dem Stern sind die genialen Messageboxen. Das ist doch erst am Ende. Stimmt, das sollte... Die genialen Messageboxen, nein. Ja, ne, die eine geniale kommt gleich an. Na dann schloss Nummer eins. In dem Stern ist doch... Ihr kennt euren eigenen Hack überhaupt. Ach der nicht. Oh nein, sie haben die, sie haben sie gedacht. Nein, ich will das nicht. Obacht! Obacht! Ich hab' gehofft, dass du das dann TH-mäßig aussprichst. Ja, hab' ich auch gehofft. Eure Säge ist kaputt. Nein, das ist ein Gimmick. Oh Beth. Geiles Gimmick. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Con, und das Video wird gestrikt. Was du wegen der Musik? Ah, war B, ne? So voll... So toll finde ich die gar nicht. Ist nett, aber... Ich hab' gehofft, dass du das machst und als Troll setzt jetzt gleich den Lügen-Lotsong ein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Garni, ich bin ein Scheu-Schlappier. An der Stelle hättest du auch einen anderen Sprite nutzen können, falls du weißt, welch ich nicht meine. Ey, Felix, du bist so ein scheiß Spoiler-Arsch, ne? Das wär'n zu offensichtlich gewesen. Du bist so ein verdammter Spoiler-Arsch. Du hast jetzt in drei Level hintereinander den Hacken, den Level-Ersteller direkt angesprochen und gesagt, ey, da hättest du was besser machen können. Ist doch, das musst du doch jetzt nicht drauf rumreiten. Das wäre, glaub ich, von denen gar nicht aufgefallen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Wovon redet ihr? Genau, echt mal, Jan. Die ist so, sag ich ja, eben. Toll, Jan, toll, ey. So viel Spaß hier. Muss dich beeilen. Ja, toll, Felix, toll. Ja, mein Gott, das kann man ja wohl mal sagen, oder? Das Lied ist echt super. Das Lied ist echt schön, ja. Ich hab' schon wieder vergessen, wie das klingt. Ach so. Ach so. Ach so. Ach, da find' ich Armin's solide schöner. Aua. Erst danach ist noch viel, viel schöner. Hast du nicht gelesen, Conan? Äh, Purple Water und so, Smoke on the Water. Ähm, ja, doch, doch, ja. Stopp halt mal, du blödes Vieh. Nein, ich hab' beide verworfen. Ja, da ist ja ne Reset Door, Conan. Ja. Oh. Wow. Du kannst ja nur zwei Pilze holen, guck mal, wenn du dich beeilst. Ja, stimmt, du kannst ja, mach das mal. Ja, so viel dazu. Puh. Stimmt, das wär' ja ein Glitch gewesen. Oh nein. Es ist nett, dass du da auch Rücksicht nimmst, Conan. Dankeschön. Ja, aber gerne doch. Dankeschön. Fuck, ich bin zu langsam. Spiel das mal halt, spiel mal den Abschnitt bitte ohne Save State. Ich glaube, dass du den auch ohne Save State schaffst. Der ist nämlich echt nicht so schwer. Ja, ich glaub' ja, überall hänge, nicht doofkopf. Ja, du bist echt ein Doof. Nein. Interessant, wie Conan irgendwie die Intonation von Emero so ein bisschen adaptiert hat. Immer so komische... Ja doch, du betonst immer die letzte Silbe so komisch seit neuestem. Echt? Ich bin auch noch gesprungen. Oh Gott. Ich hab's gemacht. Ja doch, irgendwie schon. Also, kommt mir zumindest so vor. Ich glaub, das hat Emero von Conan, ich weiß es nicht. Nein, aber ich weiß aber, was du meinst. Ich neige wirklich dazu. Wenn ich Leuten eine lange Zeit zuhöre, dann neige ich dazu, ein bisschen wie die zu reden. Meinst du, wie die zu reden? Ach wirklich? Oh boy, Conan. Oh boy. Ja gut, das ist oh boy, das stimmt. Das hab ich übernommen. Oh boy, oh boy ist von Money Boy. Nein. Klar. Das ist für mich schon von den Meeren tatsächlich. Ne, das ist von Money Boy. Ach, das muss hier unten jetzt sein. Money Boy ist voll fresh ambient. Ach, Money Boy brauche ich überhaupt nicht. Der soll ruhig von Tüter wegbleiben. Ne, er ist wieder drauf. Ach, nö. Warum? Was hast du denn gegen Money Boy, bitte? Was hast du gegen Money Boy? Der ist super. Ne. Okay. Der den goldenen Wert zurückkaufen. Felix, Jan, soll ich ihm hier einen Tipp geben, damit es nicht so laggt? Ja. Ja, du machst das schon ganz richtig. Ist gut. Ist alles richtig. Was willst du von mir? Ja, hier gibt's einige Sprites. Wenn du's falsch spielst, lag das wie Sau. Ja. Wie kann man das denn anders spielen? Aua. Indem man ein paar Sprites auslöst, während andere schon oder noch aktiv sind. Können das hier ist ein reiner Puzzle-Raum. Der Aktivgenie hat das wieder nicht verstanden. Es sind viele Dauersprites. Das ist ein reiner Puzzle-Raum. Ach so, dann ist das Level von Dani. Er hat es nicht verstanden, der Kuchen. Nur weil wieder gepuzzelt wird, ist das Level von Dani. Ach so. Ah, genau. Ne, weil ihr habt doch gerade gesagt, das ist von Dani. Naja. Das ist so cool. Man sieht auch einfach die Genialität in diesem Raum, finde ich. Das hat doch nicht gekloppt. Jetzt hör doch mal auf. Sag mal, ich dachte, du wärst einst Ehrenmann, Jan. Jetzt hör doch mal auf. Ne, ich wollte nur sagen, dass ich das davon halte. Ja, toll. Was ist das denn für ein Ausdruck? Sag mal, das ist... Das ist dein Ausdruck meiner Fall. Das gehört sich nicht. Doch. Das widerspricht meiner Etikette. Conan, wenn du jetzt mal ein bisschen aufgepasst hättest, hättest du gesehen, dass die Coins dir anzeigen, wo die P-Switches vielleicht hin sollten. Recht? Ne, das hat er nicht verstanden. Ich hätte zumindest einen Wink dazu geben. Das verstand man eigentlich so. Also ich hab's direkt verstanden. Du musst vor allen Dingen auch... wenn du eine gewisse Yoshi-Coin ansammeln möchtest, dann musst du auch noch einen Umweg gehen. Ich bin übrigens noch gar nicht nach links gegangen. Du musst es einmal verkacken. Ja, natürlich immer. Nie nach links. Immer nach rechts zuerst. Aber achte ruhig mal auf die Münzen, die unter links sind. Ach so, da waren graue Münzen, da waren blaue Münzen. Deswegen würde ich an deiner Stelle die nicht komplett wegmachen, wenn du da durchspringst, weil du dann vergisst, wo welche hin sollte. Ach, das merke ich mir schon. Das glaube ich nicht. Wobei man sieht's ja tatsächlich dann daran, weil da der Antibarrikan. Die war vier. Ja, aber er würde sich das deutlich leichter machen, die Barriere. Genau. Was ist jetzt? Hier war blau. Hier ist grau. Ah, Stampel. Stampel. Okay. Da war ich sicher. Du hast auf einmal nur noch drei, da ist schon, und so hat es schon ja hier was in die Vierte hin. Ich habe doch zurückgespult. Du hast doch gedacht, du wirst im Sektor gegangen. Okay. Aber ich habe erst zurückgespult. Das ist also gespult. Zurückgespult. Ja. Was Spult ist doch gar nicht mehr da. Nee, deswegen hatte ich glaube ich keine Lust mehr, weil das nicht funktionierte mit dem Anruf oder so. Der konnte nicht zugucken. aber wir können da ist man mit dem schönen Eisböcher abwechseln zum Beispiel ein Eisböcher abwechseln okay ich hab's erst nie verstanden aber jetzt schöner Winkler die schöner Wink vom Winkler was war das jetzt für ein Wink bitte? mit dem Soundfall ich musste mir das neue Video von Creeper Darkers angucken ihr habt echt die Leute, ich weiß gar nicht was ihr bringt es ist kein Eiscafé mit Sahne oder Wasser was du jetzt mit den beiden P-Switches da oben machen kannst ich denke die muss ich erst alle da auslegen nö, es gibt zwei Seiten, man löst das Puzzle von zwei Seiten Jan hat dir gerade einen relativ guten Tipp gegeben ich dachte ich muss erst alle vier dahin legen nein, es reichen immer zwei das ist ein bisschen unfair vielleicht, aber nein, das ist voll super das Puzzle ja net? ein bisschen unfair, es geht aber schon sie haben ja jetzt, sie haben ja auch keine die Münzen zu Manschern geworden ja, ist doch geil fies das sind Kast im Blöcke, guck mal hier die Yoshikoy, die könntest du dir halt verkacken wenn du zuerst von rechts gekommen wärst genau, du könntest dir die Yoshikoy verkacken wenn du es nicht vorher verkackst du kriegst die Yoshikoy nur wenn du verkackst eigentlich du kannst es dir jetzt ja hier auch angucken, was du hier machen möchtest ja, ich will hier, ach so, mein Dingens auslösen genau, das heißt erst die rechte Seite und dann von der linken Seite kann man den Block nicht kaputt breaken? erst den Arsch und danach komm ich nicht was willst du machen? ja, den Block nicht irgendwie nein bestimmt, ja du kommst aber hier jetzt auch nicht mehr raus also du musst dich aus der Position auslösen oder halt in der Resetion Skählung, Frieden Frieden nicht Friede Liebe im Himmel ist auch Krieg nein besonders Krieg ja doch stimmt, im Himmel, da sitzt ja Kenny mit seiner goldenen PSP jetzt krieg ich wie eine Ohnung von dem Scheiß-Kappen ins Marm-Song aber wenn ich dann, aber Leute, 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 Leute habt ihr dann euer Level nicht kaputt? also habt ihr das denn, ich meine, dann brauch ich doch gar nicht nach hinten laufen ja doch, natürlich natürlich du brauchst 4P-Switches ach so, ich muss ja den Weg öffnen du musst von beiden Seiten, einmal, einmal von rechts in die Weißer ja, 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 ich bin doof, keine Sorge, äh, äh, kein, keine Sorge keine Sorge, wir wissen, dass du doof bist, aber halt keine Sorge, ich bin doof ich wollte sagen, kein, kein keine Sorge, ich kann euch nicht intellektuell schlagen, ich bin doof das Wort kann man uns aber sagen nein keine Sorge, ich glaube, ihr schafft euer Lernstartwexamen beim ersten Versuch ach, jetzt sagen wir nicht so fies hier wir sind wohl schon mit seinem Intellekt anfängst Mensch, bitte, dann sagen wir nicht, dann, 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 dann musst du aber sagen, dass es Mathe nur ist die anderen zwei hab ich bestanden, nicht komplett stimmt, entschuldige ich hab dich komplett verkackt Patreon, mein Drachen und Conan, natürlich lag das auch alles an dem Stress, den du dir durch Inferi gemacht hast, also nein, da war noch kein Inferi, da war noch kein, oder war das schon Inferi? doch, 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 klar, das ist schon in Inferi Inferi läuft seit Februar 2014 dann lags wirklich an Inferi wir sind schuld, dass du dein Start bist wir haben, wir haben, wir haben, glaub ich, jetzt bald anderthalbjähriges, Conan, das ist nicht toll? oh, zur Feier des anderthalbjährigen müssen wir mal wieder Inferi aufnehmen find ich ja auch nee sind ja noch zwei Monate her ganz klares, nee ja, ja, ein ganz klares, nee du hast das übrigens jetzt so gespielt allein wenn ich mir nicht vorstellt würde, ich, 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 ich müsste jetzt einen Puzzle-Hack spielen und dabei eure Konfi, nein ja, ich, das hier ist voll okay, weil hier hab ich den Hack, den kann ich ganz normal spielen so wie ungefähr, so wie ungefähr bei Dark und Lux und ihrem, 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 ihrem Hack halt, ja, der, der, der sind ja, wir können das ja so machen, Felix kann ja Level bauen, aber er darf halt einfach nicht in der Konfi dabei sein, der ist echt so ja, jetzt brauch ich doch da oben den P-Switch gar nicht hin, ach so und die anderen eigentlich auch, Conan, wir machen das jetzt einfach zu zweit genau, Daniel, Conan, wir bei der Macht das oder pass auf, nee, ich, ich geh auch weg, du machst einfach alleine ja, das wär auch cool das wär cool ja gut, diesen Hack könnt ich alleine spielen nein, wir wollen, wir reden aber gerade von dem ja, hier geben wir dir ja nicht so auf den lang, die beiden es kommen noch ein, zwei Puzzle, die du vielleicht nicht checkst mit Inferi gönnt ihr mich mal nö, das ist schon wieder gönnt ihr mich mal, das ist so, das ist so ganz auf Ero, also bitte doch, 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 wirklich ohne Scheiß so hab ich früher aber auch geredet ja, ich wollt gar nicht, das, das hat schon so gewisse Ähnlichkeit also, bitte ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr dazu seht, ich find das ja nicht schlimm ich finde, das hat genauso Ähnlichkeit wie du Ähnlichkeit hast mit Zynis Redensart ja, ich rede doch nicht wie Zyni Conan hat mich mehrfach verwechselt hier, jetzt, du du hast mehrfach Zyni für mich gehalten und andersrum das liegt daran, weil du viel zu leise bist, wenn du in den anderen kommst jetzt hier, Ruhe 3-3, geh weg bei dir ist er schon wieder ganz unten, bei mir war er vorhin beim Testen dann war er einen Block weiter oben Asshole so'n Scheiß ist das das hat mich gleich gekriegt ist die Scheiße auf jetzt denn? ja, das ist aber egal eigentlich aber was soll das denn? ja, es ist nicht so schlimm, aber es wäre dann es war ja so konstruiert, dass man das eigentlich ist egal, passt schon hier, uh ach komm zu schön du hast ja bestimmt mindestens einmal geladen oder so, oder? ja, einfach nö ne wow aber ich weiß nicht, es passiert halt nix jetzt ah, wow wow I'm totally be-ghosted, man haha, weil das ist dark dann die mit so'n Sternchen gekennzeichnet oh, die schöne Box du warst siegreich 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 siegreich ich möchte das unbedingt irgendein Amerikaner das spielt, der noch nie deutsch irgendwie gelesen hat abgesehen ja, lass das mal wirklich irgendwie so ja, dann kommt es halt, dann wird es halt ungefähr so sein, wie wenn die Japaner irgendwelche deutschen Sachen aussprechen hier bei Attack on Titan kenn ich nicht die Openings sind großartig, da ist so viel deutsch drin 7 7 1 2 7 7 1 2 3 Flügel der Freiheit ist ein großartiges Lied mach's doch jetzt mal an was ist Attack on Titan? oder ne, sing mal vor ganz schlecht, das ist ein Anime, Jan sing mal vor kenn ich nicht den musst du noch gucken sing mal vor das ist der Hype-Anime 2014 ich hab gehört der Protagonist von dem hab sogar ich schon gehört so sing mal vor ne, ist grad schlecht so, wir sind bei 23 Minuten, 21 Minuten ich hab gehört der Protagonist stirbt in Folge 7 natürlich äh der Protagonist danke jedenfalls fürs Zuschauen ja, der stirbt wirklich in Folge 7, aber hey und ich glaube eher der Anti-Zionist stirbt tschüss tschüss Conan, als ob ich Attack on Titan nicht gesehen hab, ich bitte dich ich weiß es doch nicht du kannst jetzt übrigens mal zum Stern gehen weil das war ja voll allein schon an der Aussage ich hab bei dir auch noch nicht beendet, weil jetzt immer noch weiter quatscht also an der Tatsache, dass ich sagen kann, der Protagonist stirbt in Folge 7 solltest du erinnern